und damit herzlich willkommen meine herren zu einem neuen video meinerseits und heute schauen wir zum neuen dacia spring der erste dacia elektroauto was es auf dem markt geben wird ja und daher das billigste auto hat in deutschland europäisch markt ist wohl der dacia spring das wohl billigste neuwagen elektroauto was es geben wird der preis legt mit 19.000 euro den startpunkt hin und mit abzügen der deutschen premium kostet das auto einen neuen preis von 9000 euro und lasst euch das mal schmecken ein e-auto für 9000 euro wow man kann ja wirklich sagen was man will aber das hat der dacia und hat das dacia unternehmen wirklich großartige leistung gemacht nun fragt euch natürlich was sind die technischen daten was soll das gute schmuckstück denn kosten und so weiter und so fort erste sache die ich euch definitiv einfach sagen möchte ich weiß nicht was bei 19.000 alles dabei sein soll das wurde leider nicht gesagt ich denke wie rückfahrkamera und co wird wahrscheinlich auf preis sein aber ich denke dass das große zorn habe ich schon mit dabei sein wird außerdem und das kann ich euch hier mit einen schönen bild auch zeigen oder ich bin das einfach oder wir machen das so so leicht und dumm aber egal außerdem wird der neue dacia sandero auch einen digitaler anzeige haben also in der mitte des fahrzeuges wird eine digitale anzeige sein links und rechts werden dennoch so ansatzweise analoge daten geben ob man jetzt zum beispiel also quasi sparsam fährt nicht sparsam fährt und so weiter und so fort aber ihr wollt die technischen daten ihr bekommt die technischen daten der dacia spring hat 45 ps und im echo modus nur 31 ps und wird auf 100 kmh zurückgedrosselt die kilometer reichweite beträgt ein dacia sandero laut werksangabe 225 kilometer reichweite das muss ein ganz klar sein das auto ist natürlich nur für die stadt gemacht obwohl es eigentlich echt wie so ein kleiner ist wie aussieht also quasi ein dacia sandero ist das eben nur für die stadt gedacht also nicht für große fahrte weite fahrten und so weiter und so fort aber wenn man sich jetzt denkt okay ich hätte jetzt aber ganz gerne dann doch einen kleinen road trip oder sowas wie lange müsste ich denn bei einer schnell ladefunktion fahrten da beträgt die minutenangabe laut hersteller um also bis wenn du 80 prozent lang willst um die 56 minuten klar es ist jetzt nicht das schneid so was es gibt aber es ist auch der billigste e auto der welt und wenn man das auch wirklich quasi nur für stadtverkehr nutzen sollte ist das denke ich mehr als ausreichend denn keiner ist jetzt so schnell und rente im einkaufswagen im supermarkt wie ein euro mehr deswegen denke ich ist das eigentlich ganz okay mit einer voll normalen ladung also eben wenn man das auto zu hause laden möchte dauert das dann unter 14 stunden angeblich und ist dann denke ich wenn ihr über die nacht lädt oder ein bisschen länger dann okay obwohl ich es eigentlich auch ganz gerne etwas ähm ja schneller hätte aber mal sehen vielleicht gibt es ja da was neues dann die ladefunktion beziehungsweise falls ich das noch nicht im hintergrund der bilder gezeigt habe soll der dacia santero die ladefunktion wie bei rino sowie am logo haben an der front also da einfach aufmachen und da könnt ihr den stecker einstecken das auto bei neukauf hat drei jahre normalgarantie also ganz normale garantie wie bei jedem anderen hersteller und und jetzt kommt das absolute höhepunkt ihr müsst euch doch mal überlegen das auto wird wahrscheinlich 9000 euro kosten in der mindesten ausstattung aber egal 9000 euro und ihr habt auf den akku bis zu acht jahre garantie oder bis sie die 120.000 kilometer erreicht habt aber dennoch war ein großer respekt dass es wirklich wirklich ziemlich ziemlich gut und mich freut es einfach sehr dass sie da so auf die akku garantie geht denn so kann man bis zumindest 120.000 kilometer oder während acht jahren nur 120.000 kilometer schafft also respekt nur oder einfach egal auf die batterie achten ich denke es wird so wie bei der rino sowie sein dass ihr dann höchstwahrscheinlich den akku mieten müsst weiß man nicht wenn nicht als wenn ihr kauft kriegt ihr wahrscheinlich so die garantie und vielleicht dann wenn ihr unter 60 prozent des akkus seid kriegt ihr dann ein neuneingebauten so zur letzten daten was man jetzt so eigentlich weiß ist dass das auto nicht wenn ihr zum beispiel es rollen lässt dann wird ja oder dumm gesagt wird ja die batterie geladen das bietet der dacia spring nicht er kann diese funktion nicht aber es sei ihm verzeiht denn wie gesagt irgendwo her muss man ja einsparen dennoch ein bisschen schade denn so konnte man wenigstens paar kilometer aus dem auto raus kitzeln gut ansonsten ist das eigentlich so ähnlich wie der sandero aufgebaut also es gibt jetzt nichts besonderes oder neueres was ich ein bisschen schade finde ist sondern dass man noch quasi das alte navi genommen hat von der zweiten generation und nicht das neue von der dritten generation aber vielleicht wird sich dann auch etwas ändern wir müssen das auf jeden fall schauen Wer halt cooler sieht optisch schöner aus meiner meinung gut was es sonst noch gibt wissen wie gesagt in dem zeitpunkt nicht aktuell sind das so die daten die uns das ja gibt oder geben wird und ich würde sagen schreibt mir denn eure meinung in die kommentare ob ihr bock habt dieses auto zu kaufen ob die sagt ja okay ich hatte ganz gerne ein kleines suv für die stadt so ein kleines stadt auto ich meine er sieht gut aus und also ich finde den schöner als die sowie und tatsächlich ist auch ziemlich praktisch für die stadt vielleicht werde ich das irgendwann mal als zweit auto kaufen mal schauen wie gesagt schreibt mir gerne eure meinung in die kommentare ich hoffe das video hat euch gefallen lasst doch gerne eine bewertung da und wir sehen uns dann anders mal wieder bis dahin ciao